Herzlich Willkommen zu die Filmanalyse, heute mit Die Wandernde Erde von Frant Kuo. Wir blicken permanent nach Hollywood, aber was geschieht eigentlich im chinesischen Kino? Zunächst einmal Ähnliches wie hier, auch dort sind die Marvel-Superhelden ganz vorne an der Spitze der Kino-Charts. Auch andere Hollywood-Blockbuster knacken Rekorde nach Rekorden. Doch China produziert auch selbst Blockbuster und auch diese stellen ständig neue Besucherrekorde auf. Neu aber ist, dass China sich mit Die Wandernde Erde nun auch dem Science-Fiction-Genre zuwendet. Lange Zeit wurde Science-Fiction-Literatur und wurden Science-Fiction-Filme von der formal-kommunistischen Partei nicht gern gesehen. Ja, sie wurden geächtet. Man sagte, das sei eigentlich eine kapitalistische Denkweise, die wir in China nicht brauchen. Aber es gab vor einigen Jahren einen Paradigmenwechsel. Erst Anfang der Nuller Jahre konnten sich einige Science-Fiction-Autoren etablieren. Und zu ihnen zählt Qiqin Liu, der bei uns durch seine Trisolaris-Romane bekannt geworden ist. Erstmals hat China nun eine Erzählung des Autors verfilmt, und zwar Die Wandernde Erde. Eine Erzählung, die in einem großen Band auch auf Deutsch erschienen ist. Dieser Film ist in diesem Jahr in den chinesischen Kinos gestartet und ist wahrscheinlich der erfolgreichste Film, den es jemals im chinesischen Kino gab. Und Netflix hat sich sofort die Rechte daran gesichert und jetzt schon wenige Zeit später bringt Netflix diesen Film heraus. Im Original, nicht in einer deutschen Synchronisation, aber immerhin in englischer Synchronisation. Es ist ziemlich das erste Mal, dass damit auch ein chinesischer Blockbuster bei uns breite Rezeption erfahren wird. Wenn man bei Netflix schaut, welche Filme dort aus China vorhanden sind, dann ist das doch nur eine sehr geringe Zahl, wie zum Beispiel Wolforia Teil 2. Aber eigentlich spielt China in der Netflix-Welt nur eine sehr marginale Rolle. Das könnte sich nun ändern. Worum geht es in dem Film? Die Sonne breitet sich immer mehr aus, sie expandiert. Die Erde droht dadurch zerstört zu werden. Deshalb stoppt man nun die Rotation der Erde. Zugleich bringt man tausende Triebwerke an einer Seite der Erde an, um die Erde so in ein großes Raumschiff zu verwandeln, das sich von der Sonne wegbewegen kann, hin zu einem neuen Sonnensystem. Das Leben auf der Erde ist vollkommen unwirtlich geworden. Wir sehen Peking total vereist. Also lebt die Menschheit nun unterirdisch, solange die Reise eben dauert. Doch bei dieser Mission droht die Erde plötzlich mit Jupiter zusammenzustoßen und das Ende der Menschheit scheint eigentlich schon besiegelt zu sein. Aber wir wissen, wie das im Science-Fiction-Film ist. Nun wird dagegen gekämpft, dass das eben nicht der Fall ist. Es gibt drei Hauptfiguren und einige Nebenfiguren, um die die Geschichte kreist. Da ist einmal der Junge Liu Qi und seine Schwester Han Duoduo. Und die haben wiederum einen Vater, der Astronaut Liu Pei-Yang. Und diese Konstellation führt dann dazu, dass es im Film einige Dialoge gibt, die von triefender Rührseligkeit sind. Das ist blanker Kitsch. Die Wander der Erde ist in zweifacher Hinsicht wirklich ein Ereignis, aber kein filmisches Ereignis. Zwar ist der Film, was die technische Seite betrifft, durchaus auf Hollywood-Niveau gedreht. Doch er macht eben auch alle Fehler, die sehr, sehr schlechte Hollywood-Filme begehen. Das aber ist dann auch wieder aufschlussreich. Aber dazu kommen wir später. Bemerkenswert ist zunächst einmal, dass Netflix jetzt auch nach China blickt. Der chinesische Filmmarkt wird immer wichtiger. Dort haben wir einen prosperierenden Filmmarkt. Das liegt auch daran, dass es immer mehr Kinos in China gibt, immer mehr Menschen in China ins Kino gehen. China will mit seinem Unterhaltungskino natürlich auch Ideologien verbreiten. Wir erleben ja derzeit, wenn wir uns die Weltpolitik ansehen, eine geopolitische Verschiebung. In China hat man das Projekt, die Initiative Neue Seidenstraße, ins Leben gerufen, womit man sozusagen wirtschaftlich sich mit der gesamten Welt vernetzen möchte. Im Film ist es so, dass wir schon da ahnen können, wohin das Ganze gehen könnte. Es gibt nämlich in dem Film eine Weltregierung, die sich gebildet hat. Und die entscheidet am Ende über die Maßnahmen, die zu treffen sind, um die Erde zu retten. Es ist aber unklar, ob diese Weltregierung überhaupt demokratisch konstituiert ist. Und es ist auch unklar, welche Rolle eigentlich andere Länder in dieser Weltregierung spielen. Denn wir sehen eigentlich, dass diese neue Weltregierung ganz klar von China dominiert wird. Das ist also etwas anderes als das, was Immanuel Kant in seiner berühmten Schrift zum ewigen Frieden beschrieben hat. Da strebt er ja auch völkerrechtliche Gedanken an, dass man sozusagen vertraglich das so regelt, dass alle Länder miteinander kooperieren, dass dadurch ein ewiger Frieden hergestellt werden kann. Das soll aber nicht dazu führen, dass Nationalstaaten aufgelöst werden oder dass sozusagen ein Nationalstaat dann die Vorherrschaft hat. Kant schreibt, die Idee des Völkerrechts setzt die Absonderung vieler voneinander unabhängiger benachbarter Staaten voraus. Und, obgleich ein solcher Zustand an sich schon ein Zustand des Krieges ist, wenn nicht eine föderative Vereinigung derselben dem Ausbruch der Feindseligkeiten vorbeugt, So ist doch selbst dieser nach der Vernunftidee besser als die Zusammenschmelzung derselben durch eine, die andere überwachsende und in eine Universalmonarchie übergehende Macht. Und dieser Film macht eben nicht genau klar, wie diese Weltregierung aufgebaut ist. Und man hat tatsächlich den Eindruck, das könnte so eine chinesische Universalmonarchie sein. Vieles spricht dafür, dass China schon bald die neue Weltmacht sein wird, dass es eine Wachablösung gibt und die USA gar nicht mehr die große Rolle spielen. Die kulturelle Hegemonie muss man aber auch erreichen. Es geht nicht nur um eine politische Hegemonie. Man muss sozusagen auch die Welt kulturell prägen. Amerika hat das mit Hollywood ja ganz stark getan. Der Film ist ein entscheidendes Mittel, um die kulturelle Vormachtstellung zu erhalten. Actionfilme aus der Zeit des Kalten Krieges, aus Hollywood erinnern uns ja daran, wie das funktioniert, wie man sozusagen die anderen zum Beispiel schlecht dastehen lässt, indem man sich selbst immer wieder als Helden glorifiziert. So etwas erleben wir derzeit auch im chinesischen Blockbuster-Kino. Geopolitisch immer wichtiger wird aber zugleich das Weltall. Allein schon wegen der Satellitentechnik. Also wer darf eigentlich wo Satelliten haben? Wem gehört eigentlich das Weltall? Das sind jetzt Fragen, die man wieder verstärkt stellt. Auch deshalb, weil private Unternehmen wie SpaceX zum Beispiel von Elon Musk es schaffen, sehr viel günstiger als noch vor wenigen Jahren ins Weltall aufzubrechen. Und wir wissen ja, Elon Musk strebt eigentlich die Besiedlung des Mars an und hat damit sozusagen neue Begehrlichkeiten in vielen, vielen Ländern geweckt und natürlich auch in China. Wir erleben also jetzt wie im Kalten Krieg eigentlich auch einen symbolischen Wettlauf hin zum All und das Ganze könnte aber über das Symbolische hinaus eben auch geostrategisch und wirtschaftlich langfristig gewinnbringend sein. Zum Beispiel kann man ja seltene Erden vorfinden im Weltall und könnte diese ausbeuten und dadurch sich auch eine wirtschaftliche Vormachtstellung sichern. China investiert nicht nur horrende Summen in die Forschung von künstlicher Intelligenz, sondern die Kommunistische Partei baut auch sonst ganz auf Technik. Angestrebt wird, wie der Titel des lesenswerten Buches des China-Kenners Kai Strittmatter besagt, die Neuerfindung der Diktatur. Die Hinwendung zum Science-Fiction-Film ist deshalb wenig überraschend. Der Physiker Michio Kaku hat ein hochspannendes Buch veröffentlicht. Abschied von der Erde heißt es und er spekuliert darüber, wie unsere Zukunft im All aussehen könnte. Er sagte eigentlich, dass wir eine Exit-Strategie brauchen angesichts der Klimakatastrophe, aber auch angesichts dessen, dass die Erde so nicht ewig fortbestehen wird und dass durchaus zum Beispiel eine Gefahr besteht, wie sie hier demonstriert wird, die von der Sonne auskommen könnte. Also was, wenn wir jetzt überlegen müssten, wie unser Leben im All aussehen kann. Und Kaku geht sehr, sehr weit und bezieht sich dabei immer auf Filme, bezieht sich aber noch nicht auf die wandernde Erde und es ist auch noch nicht dieses Szenario, was die wandernde Erde beschreibt da drin, nämlich er versucht immer sozusagen zu beschreiben, wie es aussehen könnte, wenn wir es schaffen, die Erde zu verlassen. Aber es gibt nicht das Szenario, dass man die Erde selbst wegbewegt, dass man die Erde in ein Raumschiff verwandelt. Das aber, dieser Gedanke überhaupt, dass wir eine Exit-Strategie brauchen, ist etwas, was momentan global sehr präsent ist und das macht sicherlich auch den Erfolg von Xixin Liu aus. Seine Erzählungen sind auch vor allem in Geschichten eingebettete Hypothesen der Astrophysik, gepaart mit wilden Spekulationen. Was er hier in seiner Erzählung »Die wandernde Erde« beschreibt, ist eine unmusische Welt, denn angesichts der drohenden Katastrophe hat man keine Zeit mehr für Philosophie, für Kunst und all das, sondern die Naturwissenschaftler und Ingenieure haben nun die Geschicke der Welt übernommen. Auch der Film zeigt uns eine Welt im Ausnahmezustand. Diese Ausrufung des Ausnahmezustands sollten wir aber einfach mal weg vom Science-Fiction auf unser Heute übertragen. Die Ausrufung des Ausnahmezustands ist nämlich ein gängiges Mittel geworden, in China aber auch bei uns, um demokratische Prozesse auszuhebeln. Man sagt, da ist eine terroristische Bedrohung, da ist der Klimawandel, die Klimakatastrophe, da ist ein technischer Fortschritt, der nicht zu bremsen ist. Wir haben keine Zeit für Demokratie, jetzt müssen ein paar Mächtige einfach entscheiden und das sind dann sehr oft Technokraten. Die wandernde Erde treibt dieses Spiel auf die Spitze. Es gibt nur noch per Funk durchgesagte Anweisungen der chinesisch dominierten Weltregierung, die zu befolgen sind. Der chinesische Präsident Xi Jinping, aber auch Internetmilliardäre und etliche westliche Politiker sehen die Demokratie immer mehr als etwas Fortschrittsgefährdendes an. Sie ist einfach zu träge. Überall versucht man dieser Tage, ob es nicht auch irgendwie ohne Demokratie geht. Das Politische, kann man sagen, wird durch das Technische abgelöst. Anstatt politische Probleme politisch zu lösen, verlagert man die Aufmerksamkeit auf die Technik und faselt natürlich von Innovationen. Wenn von Innovationen gesprochen wird, kann man eigentlich immer sicher sein, dass man einem politischen Problem irgendwie aus dem Weg gehen will. Filme wie die wandernde Erde sind insofern ideologisch wirksam, als sie uns an eine technokratische Regierung gewöhnen. Die Ideologie konnte man nirgends besser finden, als auf einem Wahlplakat der FDP. Da hieß es, Digital First, Bedenken Second. Diese Zukunft, die Xi Jinping in seiner Erzählung beschreibt, geht sehr, sehr weit. Und interessant ist auch, dass sich die Prioritäten bei den Menschen vollkommen verlagert haben. Leo schreibt, die Menschen meiner Zeit können den Filmen und Romanen des alten Solarzeitalters von vor 400 Jahren kaum noch folgen, weil heute niemand mehr versteht, wie die Leute früher so viele Emotionen in den Dingen stecken konnten, die nicht überlebensnotwendig waren. Die Verwirrung, die jedes Mal losbricht, wenn die Protagonisten in Liebeskummer verfallen und deswegen Tränen vergießen, lässt sich kaum beschreiben. Diese unbeirrbare Konzentration auf das Wesentliche hatte die Gefühls- und Gedankenwelt der Menschen nach und nach grundlegend verändert. Konzepte wie Liebe waren etwas, dem man nur beiläufige Aufmerksamkeit schenkte, so wie ein Spielsüchtiger am Roulettetisch sich hin und wieder ein paar Sekunden Zeit nimmt, um einen Schluck Wasser zu trinken. Genau das aber tut der Film nicht. Er zeigt eben nicht, wie diese Verschiebung stattfindet und wie das Menschliche dadurch auch neu definiert wird. Der Film tut exakt das Gegenteil und präsentiert den altgewohnten sentimentalen Kitsch. Das ist eine Denkfaulheit des Kinos. Es ist eine Fixierung auf Individuen und auf Familienkonstellationen. Die Familie ist ja immer das Wichtigste, sagt uns auch dieser Film. Das nur schwer zu denkende wird durch die allgemein menschlichen Eigenschaften, die als konstanten gedacht werden, dazu genutzt, dass man sozusagen dieses schwer zu denkende eigentlich dann doch ausblenden kann, dass man es ignorieren kann. Personalisierung sorgt dafür, dass man sich mit dem eigentlichen Thema und den damit verbundenen Fragen nicht näher beschäftigen muss. Man könnte die meisten Dialoge und Handlungen in diesem Film, die wir da beobachten können, problemlos auch in andere Szenerien übertragen aus Katastrophenfilmen. Es ist vollkommen egal, ob jetzt die Erde zu einem Raumschiff wird oder ob wir es hier mit einem Brand in einem Hochhaus zu tun haben, mit einem Flugzeugabsturz oder mit Menschen, die in einer Schneelawine gefangen sind. Es geht immer am Ende um irgendwie menschliche Beziehungen und ganz viele Emotionen. Das Kino ist natürlich auf Personalisierung, auf Figuren angewiesen. Aber das Ganze hat eine ideologische Funktion hier. Das ist eigentlich eine Beruhigungspille, die verspricht, eigentlich bleibt alles beim Alten, auch wenn die Erde sich in ein neues Sonnensystem aufbricht. Aber genau das ist eben eine Illusion. Und wir können ja selbst bei kleinen technischen Veränderungen schon merken, wie das uns als Menschen verändert. Denken wir nur an die Dating-App, die jeder auf dem Handy haben kann. Das verändert natürlich unseren Sex, unsere Beziehungen, unsere Vorstellungen von Liebe. Diese Komplexitätsverweigerung ist typisch. Wir finden sie aber auch in der Politik und in den Medien wieder, wo man sich auch lieber auf persönliche Scharmützel zwischen Politikern konzentriert, um brennende Themen nicht anzusprechen. Oder im Journalismus ist gerade große Mode, komplexe Themen personalisiert zu erzählen. Man pickt sich dabei ein paar Protagonisten heraus und verhandelt dann so ein bisschen was zu ethischen und wirtschaftlichen Fragen, aber geht ja nicht so sehr in die Tiefe und lässt die Komplexität der Sache nicht zu. Warum aber nimmt China ausgerechnet diese eigentliche Unart von Hollywood-Filmen? Warum wird die hier übernommen? Wer Menschheit sagt, will betrügen, sagt Karl Schmitt. Und er meinte damit, dass Interventionskriege ja oft mit Menschlichkeit gerechtfertigt werden. Und Schmitt weist dann darauf hin, dass es aber bei Kriegen immer um geopolitische und ökonomische Interessen geht. Die im Film dargestellte Weltregierung unter chinesischer Vorherrschaft legitimiert sich ja auch so. Sie rettet halt die Menschheit und deswegen hat sie das Sagen. Zugleich müssen wir aber den Satz von Karl Schmitt paraphrasieren und aufs Kino übertragen. Man kann sagen, wer von Menschheit redet, will Kasse machen. Es gibt im Kino derzeit in Hollywood, aber jetzt auch in China, etwas, was man Gefühlsuniversalismus nennen könnte. Das ist etwas, dass man sagt, ja, wir Menschen haben alle irgendwie doch die gleichen Gefühle und wir haben diese Verbindungen zu unseren Familienangehörigen, zu unseren Freunden und darauf konzentrieren wir uns jetzt und verschleiert dadurch eben zum Beispiel politische Kontexte. Nirgends war das besser zu sehen als in diesem albernen Blockbuster Mac, wo es am Ende darum ging, ein Schoßhündchen zu retten, weil man auf der ganzen Welt Schoßhündchen natürlich irgendwie süß findet. Nach einem ähnlichen Prinzip läuft das auch in die wandernde Erde, sodass wir am Ende doch nur schauen, aber nicht sehen. Vielen Dank.